Oh, kacke. Na, das wird ja lustig. Ah, hallo, hallo, hallo! Oh Gott. Oh nein, oh nein! Jo, alles klar, schön, dass wir darüber geredet haben. Scheuuu. Das wird jetzt mega ätzend. Guck mal, kann ich an ihn ran, ne? Jetzt würde ich an ihn ran kommen. Wenn das Wörtchen mehr nicht wär. Oh Gott. Ja. Ja. Guck mal, da, da, da. Wir haben ihn noch nicht einmal Schaden zugegeben, ne? Nein, so auch nicht Erst wenn er einen Blitz gecastet hat Okay Ja, super Wenn ich die abwehrenden Sterne hier Auf die Plattform lasse Dann ist das natürlich auch ganz toll Okay, manchmal kommt er auch niedrig genug Dass man ihn schlagen könnte Oh Gott Okay Ja Also jedes Mal wenn er halt irgendwie Technisch gesehen Einen Zauber gemacht hat Kommt er irgendwie auch erstmal ein bisschen runter Also manchmal macht er halt zwei Sterne erstmal Karsten manchmal macht er vier Bevor er hier den Strahl macht Ist für mich noch nicht hundertprozentig Ein Musser zu erkennen Aber wer weiß Vielleicht kriegt er noch was hin Mist Okay Das ist besser Da hätte ich ja Jetzt angreifen können Was war denn das? Da hat er irgendein Angriff Versucht Hätte ich auch angreifen können Ah, okay So würde es eventuell gehen Wenn das wird schon Wenn ich Kacke Doof ausgewichen Damit auch gar nicht Ja, okay Das ist also so ein Zusatzangriff Den er dann wohl Ab circa der Hälfte macht Oder so Kriegen wir vielleicht hin Ist vielleicht nicht ganz so ätzend Wie der Letzte Boss Zwei Hits Mehr nicht Ja super Nein, da wollte ich gar nicht hin Nein, das war doof Ich hätte vorher reagieren müssen Das war schon fast gut Das macht immer noch großen Unterschied Kacke Und nicht reagiert Ah, Mist Wir haben es geschafft Oh mein Gott Nein We turn We turn What? Ach, jetzt ist hier auch das Auge aus dem Dingens raus Okay Okay Die kann ich nicht zerstören Kann aber auf den Glibber laufen Okay Ja Kann aber auch nicht so gut drauf bewegen Jetzt kommt auch ein Tentakel raus Ja, das ist super Aufs Willen der Tentakel hier von mir Durch den Ausweichen wahrscheinlich Was? Ja, leck mich doch Fallen auch noch Steine von der Decke Ja Ja, super Okay Okay Und das mit X Das war wohl nichts Ja, ich muss auch unbedingt in alles reinlaufen Das war knapp Ja Und Stein abgekriegt Na, das kann ja was werden Weil ich jetzt auch noch nicht so ganz weiß, wie ich dem Strahl ausweichen soll War das jetzt wieder so eine Phase, die halt ab ca. halbes Leben macht, oder was? Okay Macht er den immer nach rechts? Kommt das Tentakel wieder an, um halt erstmal hey, listen, hey Ich bin Tentakel, yay Okay Okay Ja, Mist Und Nein, 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 nein Nicht jetzt den letzten Hit verkacken Nein, ich spring rein, nein Ich wollte rüberspringen. Ich bin reingesprungen. Okay. Halt, er macht wahrscheinlich den Laser. Kacke. Nochmal Kacke. Laser? Nein. Kommen jetzt. Nein, 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 nein. Nicht wieder mit der Taka verrecken. Nein, nein. Jetzt macht er den Laser gerade. Nein. Oh, ich könnte kotzen. Wirklich. Irgendem Quadrat. Aber es wird mir nix bringen. Voll reingesprungen. Voll reingesprungen. Das war ja nicht sonderlich effektive Runde. Jetzt macht er den Laser, ne? Nein, immer noch nicht. Er ist tatsächlich lebenspunkteabhängig. Er ist tatsächlich lebenspunkteabhängig. Voll den Laser auch reingesprungen, ne? Das wird nix. Ja, das ist ja jetzt doof. Das ist ja jetzt mega doof gelaufen. Oh Gott. Okay. Ich spring da auch zu gerne rein, ne? Ich spring da. Okay. Und wie ist das? Okay. Ja, das war das. Jetzt komme ich an den Tentakel nicht vorbei, ist das doch nicht wahr. Nein, da kam noch ein Stein, ich habe ihn nicht gesehen. Boah, ich könnte kotzen. Im Strahl. Durchgehend. Oh. Dann hat er nochmal seine Richtung geändert, so kurz vorher. Okay. 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 Ja, wir haben es, wir haben es, wir haben es. Vielleicht haben wir es. Vielleicht haben wir es. Wenn jetzt nicht noch irgendwas passiert, wodurch ich jetzt nochmal einen finalen Schlag kriege. Oh nein. Das ist doch nicht mal eine finale Form. Alles klar, schön, dass wir darüber geredet haben. Ich kann runterfallen. Okay. Muss ich wissen. Damit ich weiß, worauf ich mich hier auch einlasse. Es gibt Backup-Plattformen, aber halt auch nicht so viele. Ach, Kacke. Ach, Kacke. Ach, Kacke. Ach. Das wird ja ätzend. Wenn du denkst, es kann gar nicht ätzender werden, dann denk nochmal. Alter. Ich kann mir gar nicht hier teilweise auf die Plattform hoch. Okay. 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 Ich bin irgendwie im Weg oder so. Und schmeiß es auch noch mit Dingern. Und sterbe ich mal nicht, aber runterfallen. Wow. Ja. Okay. Ja. Okay. Oh, Mist. Der Anfang war gut. Boah. Das ist doch jetzt schon wieder Kacke. Das kann sich hier wirklich nur um Stunden handeln. Jahre. Keine Ahnung was. Okay. Das würde also demnach auch gehen. Super. Immerhin. Ah, Kacke. Mann. Mann, 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 Mann hier. Ja. Gut, Mammut. Gut. fugit. Ich ziehe noch was. Jajajjajja 83 23 25 Okay. Okay. Also noch lebe ich. Ich frage es, wie lang? Ich habe nur noch einen Trefferpunkt. Nicht so viel. Nein, ich springe natürlich voll in sein Dingens rein. Nein. Hier, jetzt ein bisschen mehr Leben wäre nicht verkehrt. Also Möglichkeiten halt sich zu heilen, weißt du? Ja, alles klar. Schön, dass ich Schaden kriege. Ich komme gar nicht so schnell hoch. Ja, super. Das wird doch schon wieder nix. Ach man, oh man, oh man. Ja. Sollen wir das mal? Das war ein Satz mit X. Das war's. Es wird doch wieder nix. Oh, Mann. Das war's. Das war's vielleicht. Vielleicht, wenn er jetzt nicht noch einen finalen Eingriff macht, ist das okay. Oh Gott. Oh Gott. Haben wir's jetzt vielleicht bitte endlich mal geschafft? Wir haben's jetzt vielleicht endlich mal geschafft. Boah. Ein scheiß langes Level. Aber es war auch irgendwie cool. 100 Tode. Ganz genau. Wow. Ja, das war die dritte Episode. Und eine steht uns noch bevor. Aber davor mache ich jetzt erstmal eine kleine Pause. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Tiny Barbarian DX. Bis dahin viel Spaß und noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dennne. Bis dann. Bis dann.